Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 33 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 690 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Begut. Alle B уст Alter. Begut. Drei Biot. Musikule of Adam B. Erwin. Hier. Erwin. Erwin. Erwin.